Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade Sinua's Sacrifice. Also, ich habe mir wieder einmal die Folgen angeschaut, nachdem ich sie gerendert habe. Und es tut mir wirklich leid, aber die Qualität von diesem Spiel... Also, mein PC kriegt es einfach nicht hin. So, ich kann es nicht anders sagen, aber mein PC kriegt es nicht hin, dieses Spiel ordentlich abzucapturen. Es tut mir wirklich leid, es ist einfach alles Pixelbrei. Aber jetzt ziehen wir durch. Jetzt sind wir soweit, jetzt ziehen wir durch. Und genauso ziehen wir durch die vierte Prüfung. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber mir ist aufgefallen, dass ich schon sehr lange nicht mehr kämpfen musste. Ich lege es nicht drauf an, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Die Norden sagen, dass der Allfather, Odin, hat seinen Augen, in exchange für ein Drink von Mimir's Well, den Well of Wisdom. In Blindness, there can be Wisdom. Und nur mit dem, können Sie bekommen, in return. Für diesen Grund, ich gebe meine Leben. Und passere meine Geschichte von den Norden zu Ihnen, Senua. Wo bin ich? Ich kann nicht sehen. Wer ist da? Kannst du mich hören? Ich bin hier. Kannst du mich sehen? Nein. Nein. Help me. Es ist die Darnes. Es ist die Darnes. Es ist die Darnes. Entferne deine Gedanken. Entferne deine Gedanken. Es ist die Darnes. Sag mir, was du fühlst. Es ist die Darnes. Es ist die Darnes. Dann ist es ein Weg raus. Ich kann nicht wissen, woher es kommt. Es ist die Darnes. Ja, du kannst. Zur Erklärung, ähm, wenn ich mich in diese Richtung drehe, hört mein Controller auf zu vibrieren. In diese Richtung vibriert mein Controller. Das heißt, ich folge der Vibration. Ich weiß jetzt nicht, wie das gehen würde, wenn ich mit Maus und Tastatur spielen würde. Aber ich folge der Vibration, die ja anscheinend dann diesen Wind-Luftzug darstellen soll. Yes, ich weiß mal wieder nicht, wie die Grafik gerade ist, weil extreme Filmkörnung meistens nicht gut. Es ist so quiet, so dark. Es ist okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. I can't go on, Lillian. Find a way. I'm not leaving you here. So seltsam. Das Spiel ist normalerweise nicht so ruhig. Ich meine, das ist auch genau das, was es zeigen will, ne? Aber... I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to. Mein Controller, bitte, geht übrigens auch nicht mehr. Also der Luftzug ist tatsächlich weg. He's reached a water. Good. That's your way out. Follow it upstream. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senor. My father. He taught me the hardest battles are fought in the might. Not the sword. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. You need people like you. Okay. I'll do my best. Shh. Shh. I know what you're thinking. It's not really you. It seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. What end? There is a house. I don't know what's inside. Don't be afraid. Don't be afraid. Dillian. There is something in here. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past. One step at a time. Schleichen. Is yeah gar nichts for me. If I need to move. Shit. 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 Äh, wieder raus. Das war nicht so gut fürs Schleichen. Oh no, da ist wieder so ein Ding. Ich möchte nicht, äh, nicht schleichen. Was ist das überhaupt? Das ist ja eklig. Ich möchte nicht, äh, nicht schleichen. Ich denke, äh, nicht schleichen. Ich denke, äh, nicht schleichen. Du bist zu schnell. Ich bin Angst. Das ist das Geräusche. In und aus. In... Und aus. Und aus. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin vorbei an den Viechern. Ich hasse sowas. Ich denke, ich bin in der Haus. Es stinkt. Der Tod. Die Dunkelheit hat dich testen. Aber du bist in Ordnung. Jetzt nicht, muss ich hier in das Licht? Ja. Das ist ein Well. Ist ein Well. Es ist ein Well. Geh mal zurück. Du bist nah an. Ich weiß nicht, ob ich gerade so schnell bin. Und ich die Viecher auf mich aufmerksam mache, aber ich will hier raus. Jetzt haben wir unsere Hand nicht mehr vor uns ausgestreckt. Ich weiß nicht, ob ich gerade so schnell bin. Ich sehe nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich gerade so schnell bin. Sie hat mich zurückgezogen. Und wenn es endlich hat sie weggezogen, sie könnte irgendwo sein. Mit kein Erinnerung von wie sie da kam. Wenn es kommt für mich, ich habe keine Macht über ihn. Aber hier, für den ersten Mal, jemand war da, um zu helfen. Aber ich hörte deine Sprache. Du hast mich zurückgezogen. Du hast dein eigen Weg zurückgezogen. All du brauchst war ein bisschen Hilfe. Und ein bisschen Hoffnung. Und ein bisschen Hoffnung. Okay, jetzt können wir aber zu dem Schwert, oder? Wir haben alle vier Prüfungen bestanden. Ich werde dir sagen. Das ist vor allem für dich. Dass es für dich ist. Ich hoffe, dich ist noch nicht auf dem Schlagel. Das grinder Sie haben noch nicht auf den St дnach. Ich kann dich über den Schausch. Und du bist. Du bist. Ja. Du bist. Du bist. Ich bin ein Wartner im Dillian. Geh zurück, geh zurück. Die Wälder ist verraten von die Geis der Dunkelheit. Es ist weg. Sie hat es hier. Sie wollen mich nehmen. Sie werden einen Preis für das. Aber Jahre später, mit Zinbel's Worten noch was, die Erhöhung kam, die Erhöhung zurückgekehrt. A Plague. Der Junge? Alle haben sich das Gefühl. Mein Vater sollte nicht sterben so sein. Tanien. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get to you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Unleash the sword. She can't remember. How does she focus? Okay. The mirror. The mirror. Focus. I can't do it. I can't do it. She finished him. In the sea of corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Come not with a shield. I believe I saw that in the cutscene just in the scene. There's a little bit of a shield. She's in the air. Come not with a shield. She's in the air. She's in the air. I don't know where she's trying to get to you. Das sieht nicht sehr einladend aus. Aber wir machen das schon. Für heute aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns sehr gerne morgen wieder zu einer weiteren Folge Hellblade. Also bis morgen, macht's gut.